ich denke wir fangen an dann kann man auch den rest des abends noch genießen schönen guten abend noch mal an alle die teilnehmerinnen teilnehmer die 22 leute die jetzt hier live dabei sind das ist dann eine stunde baukultur vom hdk aus der architektur köln wie der slogan sagt jeden dienstag 19 uhr eine stunde baukultur und heute haben wir ein das thema mobile metropole zukunftsfähige verkehrsinfrastruktur und klaus harzendorf gibt uns das vergnügen zu dem thema was zu berichten wir haben vielleicht wissen dass einige so eine kleine tradition konnten wir schon etablieren dass leitende mitarbeiter aus der verwaltung frau blome selbst war auch schon gab zweimal da so ein bisschen bericht geben zum thema verkehr verkehrsinfrastruktur mobilität in der stadt köln weil es ja immer auch zwangsläufig bauliche baukulturelle implikation hat und deshalb ist es sehr schön freue ich mich sehr harzendorf dass sie sich heute die zeit nehmen uns ein bisschen was darüber zu berichten das format ist wahrscheinlich allen bekannt deshalb nur ganz kurz so halbe stunde knappe halbe stunde etwa ist immer so ein input auf kleiner vortrag und dann gibt es die möglichkeit fragen zu stellen kommentare zu hinterlassen und da kommt jetzt die chat funktion ins spiel sie sehen ich weiß nicht genau wo in ihrem fenster irgendwo in ihrem bildschirm fenster müsste chat stehen und da kann man ihm schreiben was ihnen auf dem herzen liegt frau jula thormann die geschäftsführerin des hdhk wird ein besonderes augenmerk auf den chat verlauf haben und wird dann die fragen entsprechend einspeisen und vielleicht auch ein bisschen clustern sofern es ähnliche fragen sind ich finde es immer persönlich ganz nett wenn man so ein bisschen was über den referenten und die referenten weiß deshalb habe ich in harzendorffs mitarbeiterin gebeten mir ein bisschen was zu verraten aber so seine vita und da finde ich es sehr interessant also er ist aus dem bergischen land ein kind aus der region und seit wenn ich richtig geregnet habe seit 57 jahren mit kleinen unterbrechungen in köln ich selber bin erst seit sieben jahren in köln also noch ein imi glaube ich bei 57 jahren ist man dann kein imi mehr studiert hat der bauingenieur wiesen an der rwth in aachen und hat dann verschiedene laufbahns positionen gehabt lebt verkehrsplaner in leverkusen und noch ein paar andere seit 1991 ist er bei der stadtverwaltung in köln also auch schon mit allen wassern gewaschen der hiesigen verwaltung seit 2001 leiter des amtes für das hieß am anfang das hat glaube ich mal den namen gewechselt für straßen und verkehrstechnik und dann 2018 kleiner umbenennung des titels leiter des amtes für straßenverkehrsentwicklung wenn sie mehr über sich sagen wollen wenn sie denken irgendwas sollte das publikum wissen damit es weiß aus welcher aus welchem blickwinkel sie die welt sehen dürfen sie mich natürlich gerne ergänzen aber hiermit beende ich mal mein kleines intro und bitte die jola die folien zu zeigen ich stelle mich jetzt mein mikrofon ab und übergebe ihnen das podium herzen darf vielen dank schon mal ja sehr geehrte damen und herren erstmal schönen guten abend und vielen dank an den brand für die freundlichen worte ja gibt es ehrlicherweise wahrscheinlich für sie gar nicht viel mehr zu sagen also ich kenne köln glaube ich einigermaßen gut und das ist in dem job in dem job den ich da so mache ist das glaube ich schon ziemlich bedeutungsvoll ziemlich bedeutungsvoll frau blome war angefragt ist hat es leider heute nicht ermöglichen können diesen termin wahrzunehmen hätte sie gerne gemacht und ich habe es aber eben auch sehr gerne übernommen ja das thema metropole und mobilität ist natürlich ein ganz ganz wichtiges die metropole köln die wäre so in der form glaube ich gar nicht möglich wenn nicht mobilität auch sichergestellt werden könnte und das ist natürlich auch ein thema und das ist dann die zweite unterschrift das muss natürlich in der zukunft eben auch gewährleistet sein ein riesen thema in allen kommunen auch in köln gerade die kommunalwahlen und die dazu durchgeführten umfragen haben das noch mal sehr deutlich gezeigt dass das dass das ein ganz wichtiges und sehr bedeutendes thema ist zukunftsfähig heißt aus meinem blickwinkel auch das das system geben umweltfreundlich ist was immer das sein mag da werden wir auch gleich noch ein bisschen näher darauf eingehen es muss sicher sein man muss in der tat nicht die angst haben dass man also quasi jeden dritten tag einen unfall hat wir müssen stärker auch noch den öffentlichen raum auch als lebensraum betrachten nicht nur als funktionalen raum da sind wir auch auf dem weg umgekehrt muss das system aber auch funktionsfähig sprich auch leistungsfähig bleiben das sind also schon schon sehr deutliche sehr hohe ansprüche die da an das system gestellt werden und auch werden müssen letztlich aber lassen sie mich beginnen jetzt müsste es eigentlich weitergehen tut es aber im moment nicht aber muss das ist mal so probieren also funktioniert es wieder zurück was ist unsere ausgangslage da ist ehrlicherweise auf der einen seite sind unsere verkehrsnetze unsere verkehrssysteme und das gilt durchaus nicht nur für das kraftfahrzeug verkehrssystem das gilt auch für bus und bahn und es gilt eben punktuell sowohl für die fußgänger auch für die radfahrer nicht so stark wie für die anderen beiden systeme dass wir dort an vielen stellen wirklich kapazitätsgrenzen erreicht haben wir haben allerdings ein netz was sich nicht groß erweitern lässt also müssen wir darüber nachdenken wie strukturieren wir das um damit wir dann auch tatsächlich am ende auch mobil bleiben ein zweites großes problem was wir auch in den letzten jahrzehnten im grunde genommen erhalten haben ist dass der bauliche zustand unserer verkehrsanlagen das gilt auch nicht nur für köln und eigentlich in der gesamten gesamten republik dass es schlecht ist dass es erneuert werden muss vorteil ist natürlich die erneuerung ermöglicht es eben auch dann veränderungen vorzunehmen und dann das system auch zu modifizieren im sinne der zukunftsfähigkeit wir haben ein zweites thema was die mobilität sehr stark beeinflusst das ist nämlich das städtische wachstum wir bekommen immer mehr einwohner immer mehr einwohner bewegen sich durch die stadt und das führt natürlich zu höherer mobilität und das gilt in köln das muss man das sieht man gleich auf dem nächsten bild nicht nur für die stadt sondern auch für die region region wächst fast ebenso wie die stadt und das kann man an dem nächsten bild sehr schön sehen da kann man erkennen oben links das fast 350.000 menschen jeden tag nach köln ein pendeln auf unterschiedlichen wegen mit unterschiedlichen verkehrsmitteln gut 160.000 pendeln aus und etwas mehr als 400.000 menschen bewegen sich innerhalb der stadt eben jetzt auch von berufs wegen das heißt also ein pendler und das was sich innerhalb der stadt bewegt ist in der größenordnung ähnlich groß auch das was sich in der stadt als sogenannte tagesbevölkerung das sehen sie unten rechts bewegt das sind mehr menschen als wir einwohner haben jetzt gut eine million 80.000 einwohner das sind etwa 200.000 menschen mehr die dann tatsächlich sich durch die stadt bewegen das heißt es ist nicht durchaus nicht nur ein städtisches problem sondern es ist auch ein problem der region mit also wir müssen die region mit im organ wir haben 2014 glaube ich zu sagen so leitplanken für die zukünftige entwicklung entwickelt das ist dieses thema köln mobil 2025 kernpunkt der betrachtung ist dort oder zielst oder der zielsetzung ist natürlich den den model split den verkehrsmix zu verändern da geht es in erster linie darum wie viele menschen bewegen sich zu fuß mit dem rad mit bus und bahn oder mit dem auto und welche entwicklung wollen wir da haben welche entwicklung haben wir in dem nächsten bild das ist im grunde genommen sind die gleichen zahlen ist das aber auch noch mal ausgeführt wenn wir das jetzt über die jahrzehnte betrachten und jetzt hier oben links mal den fußverkehr sehen hatten wir zwei 1982 25 prozent fuß verkehr der 2006 etwas runter gegangen und 2017 wieder hoch das heißt also auch es wird trotz allem doch etwas mehr zu fuß gegangen als das noch vor etwa zehn jahren der fall war der große treiber bei uns der veränderung oder der verkehrswende das ist ganz eindeutig der radverkehr 82 1982 haben wir neun prozent 2017 hat es eine große bundesweite umfrage gegeben waren 18 prozent heute schätzen wir sind es 20 oder 21 prozent der öPNV hat sich ähnlich wie der fußverkehr zwar erhöht aber nicht so stark wie der radverkehr und beim autoverkehr ist es so dass wir 28 1982 noch fast 50 prozent haben 2017 waren es 35 prozent unser ziel jedenfalls 20 25 33 prozent das haben wir glaube ich jetzt fast schon erreicht oder haben schon erreicht aber man kann zusammenfassend sagen schon seit längerer zeit nimmt die bedeutung des autoverkehrs ab im im verkehr im bewegten verkehr nicht so sehr im ruhen verkehr werden also was die zulassungen betrifft bildet sich das nicht oder noch nicht ab aber im bewegten verkehr bildet sich das sehr stark ab ja was was ist denn wichtig damit wir am ende auch tatsächlich das ziel erreichen können hier unten links sehen sie ein wichtiges thema dabei ist dass wir beim umweltverbund das der fußverkehr das ist der radverkehr das ist bus und bahn die zeichnet sich eben schon dadurch aus dass der wechsel vom ein system ins andere system möglichst einfach gestaltet werden dazu gibt es eben eine vielzahl an anlagen die wir schon aufgestellt haben aber eben auch ein thema was wir sehr stark fördern im moment und weiter fördern müssen das sind so genannte mobilstationen wo angebote sind ob das räder sind ob das räder die eigentlich mal abstellen kann ob das leihräder sind ob das carsharing angebote sind ob das lastenrad angebote sind wo diese konzentriert werden und wo man einfach den übergang von einem system in das andere system bewerkstelligen kann das gilt am ende nicht nur für den personenverkehr das gilt am ende auch für den güterverkehr dort soll es eben auch ziel sein und dieses pflänzchen wächst jetzt auch dass man eben auch dort stationen hat die möglicherweise an der gleichen stelle sind aber auch an anderer sein können wo eben güter die verteilt werden sondern in geschäfte die verteilt werden in haushalte in büros wo die dann eben zwischen gelagert werden können und wo man die feinverteilung letztlich mit einem umweltfreundlichen system spricht beispielsweise mit dem lastenrad bewerkstelligen kann das ganze gilt letztlich auch für den bereich der energie energetisch wird es ja dahin gehen dass wir auch in der stadt zukünftig immer noch doch einen nennenswerten anteil an autoverkehr haben und er soll möglichst umweltfreundlich unterwegs sein sprich wahrscheinlich auch heutigen blickwinkel zunächst mal jedenfalls elektrisch und da spielt eben die vernetzung zwischen der erzeugung und der speicherung in große große rolle diese systeme die müssen ausgebaut und ausgeweitet werden großer treiber allerdings nicht ganz so kurzfristig wird eben der ausbau des öPNV des spnv das sind eigentlich die s-bahn systeme die werden soweit sie schiedengebunden sind nicht so schnell baubar oder umbaubar sein dennoch gibt es eben große themen im bereich der bundesplanung des spnv ist es der rx den kennen sie das ist ein system leistungsfähig system was innerhalb von nordrhein-westfalen verkehren wird beziehungsweise teilweise im vorlauf betrieb auch schon läuft ein riesen thema was im moment planerisch intensiv begleitet wird ist der ausbau der s 11 das ist die s-bahn von bergig glattbach dann in richtung urweiler über eben deutsch und kölner hauptbahnhof dort soll eben tatsächlich in zehn minuten tag gefahren werden das kann heute kann man heute nicht weil es zum teil eben noch eingreisige strecken gibt und eben auch die haltestellen plattformen an den wichtigen stationen kölner hauptbahnhof und köln deutsch nicht in ausreichender menge vorhanden sind also ein großes thema daneben gibt es die erftbahn die oberbergische bahn auch die s-bahn nach bergig glattbach das heißt das ist das thema es geht sehr stark in die region rein sehr wichtig damit eben die vielen pendler die da kommen dann tatsächlich in verstärktem maße auch dann das auto nicht mehr nutzen beim jetzt bin ich ein bisschen schnell gewesen beim öPNV gibt es bei uns die sogenannte roadmap das sind zehn sehr große maßnahmen die will ich jetzt nicht alle benennen wichtig ist es aber das kennen sie wahrscheinlich ist die ostwestbahn das ist auch das kernstück und das herzstück in ostwest richtung in der stadt die soll soll die kapazität erhöht werden das heißt es soll dort bahn geben die deutlich länger sind und somit auch viel viel mehr menschen befördern können wichtiges thema ist dann daneben dass die großen erschließungsgebiete die wir haben zum beispiel ronndorf zum beispiel mülheimer süden zum beispiel auch zündorf dass die dann tatsächlich auch sofort sprich also mit der aussiedlung dann tatsächlich auch an die stadtbahn angeschlossen sind daneben gibt es eben themen die regional sind eine stadtbahn zum beispiel von von niederkassel nach köln wird geplant wir fertigen zum moment eine studie zum wasserbussystem also alles große große themen die allerdings alle nicht so schnell zum zuge kommen deswegen hat es eben ergänzend dazu zu den fahrplan wechseln insbesondere jahre 2018 2009 so dass wir 2020 auch so sein dinge oder veränderungen gegeben die schneller möglich sind da kennen sie sicherlich die express buslinien davon haben wir drei eingeführt es gibt das thema dass wir dort den nachtverkehr deutlich ausgeweitet haben dass jetzt zum fahrplan wechsel auch der samstagsverkehr sehr stark ausgeweitet wird das ist auf verschiedenen stadtbahnlinien die bekannteste ist da die linie 16 zwischen köln und bonn eben die takte deutlich verdichtet werden konnten und so weiter und es gibt eben auch wird es auch zum jetzt zum fahrplan wechsel ein test geben mit dem sogenannten on demand verkehr das heißt es sind kleine busse die dann nicht mehr haltestellen anfahren sondern bedarfsgerecht eben menschen auch abholen und dann eben auch zu ihrem ziel bringen können in gewissem rahmen das wird jetzt auch in köln erstmalig dann in zwei bereichen getestet einmal im bereich rund um voll und einmal auch zwischen zwischen nippes und ehrenfeld das sind alles themen die die tatsächlich die situation schnell verbessern können eine zahl vielleicht dazu das was jetzt an veränderungen im jahre 2020 kommt wird betrieblich kosten von ursachen zusätzlich ungefähr zehn millionen euro das heißt das sind schon richtige groß wird den dinge die dort auch verbessert werden auch wenn sie vielleicht so nicht wirklich im fokus sind hier das thema was eben der stärkste treiber ist das ist der radverkehr dort ist jetzt hier das bild von den ringen dargestellt aber wir haben es auch an der ulrichgasse wir uns an der sizilienstraße dass wir jetzt dort wo es möglich ist verstärkt dann tatsächlich spuren für den kraftfahrzeugverkehr wegnehmen und sie dem radfahrer zur verfügung stellen damit er eben dann auch komfortable gute verhältnisse hat und eben dieser trend den wir haben dort weiter fortgesetzt wird in jetzt im in diesem jahr werden wir das auch noch machen gute anlagen schaffen auf der christophstraße auf der mag noch straße thema fahrrad abstellanlagen ist ein ein wichtiges weil sie fahren ja nicht nur sondern sie wollen am ziel ja auch ihr rad abstellen aber jedes jahr etwa 1500 bis 2000 zusätzliche anlagen die wir aufstellen damit sind wir also dort schon auch sehr sehr gut unterwegs auch wenn es immer nicht genug hier ein thema was auch zusätzlich nur bedeutendere rolle jetzt bekommen hat das sind fahrrad straßen fahrrad straßen bedeutet dass der radverkehr dort vorrang hat wir haben es jetzt hier am friesenwall da sehen sie ein vorherbild wo es doch relativ viel parken gibt auf einer seite haben wir das parken rausgenommen ist eine einbahnstraße und haben die fahrbahn verbreitert auf vier meter so dass man also kraftfahrzeugverkehr und radverkehr in gegenrichtung gut aneinander vorbeikommen aber es geht hier auch durchaus nicht nur darum den radverkehr zu verbessern sondern auch die bedingungen für die fußgänger zu verbessern das haben wir in dem fall nicht so gemacht dass wir die straße umgebaut haben sondern wir haben hier auf der rechten seite ja sehen sie so einen streifen wo es fahrradabstellern gibt wo es eben bänke gibt wo es aber eben auch die beschilderung und andere möblierung gibt wir haben also die möblierung weitestgehend 100 prozent ging das nicht aus kostenlosem weitestgehend in diesen streifen streifen verlagert so dass dann tatsächlich da der fußgänger auch mehr raum hat also das thema geht nicht nur um das thema um das thema radverkehr und fußverkehr sondern auch jeder radweg der auf die fahrbahn verlagert wird führt natürlich im umkehrschluss auch dazu dass dann im g-bereich mehr platz für die fußgänger ist also das heißt das hängt alles miteinander zusammen ein wichtiges thema ist hier auch immer sind geschäftsstraßen hier ein klassisches beispiel kennen sie vielleicht schon die severance straße hier ist noch mal ein bild wie sah das denn vorher aus und da erkennt man schon dass es eben deutliche veränderungen gibt parken ist jeden breites gehen rausgenommen worden wir haben einen ausbau ohne bordsteine wir haben die wege verbreitet werden queraus möglichkeiten verändern wir haben natürlich auch da damit eben auch gleichzeitig insgesamt die gestaltung verbessert das ist so ein klassisches schönes beispiel was für uns eben beispielgebend ist thema digitalisierung wird auch im städtischen verkehr eine rolle spielen einmal ist hier dargestellt dass autonomes fahren wenn es denn abgestimmt ist auf die signalschaltung sehr wohl dann auch dazu führen kann dass man angepasster fährt hier oben ist es ist das beispiel dargestellt was passiert wenn absehbar ist dass das fahrzeug eben oder es könnte dann auch ein rad sein tatsächlich vor rot fährt dass man dann nicht vollgas bis zur ampel wird und dann bremst sondern dass man dann an dass man dann eben angemessen fährt und umgekehrt gilt das dann auch wenn man erkennt dass die anlage dann eben bei grünen erreicht werden kann wenn man ein bisschen langsamer fährt dann kann das eben auch dazu führen dass man dann sicherer und auch energiesparender unterwegs ist es ein anwendungsgebiet das viel wichtigere anwendungsgebiet auch das nur beispielhaft da wird es auch viel viel mehr noch geben ist das thema wie bekomme ich als teilnehmer im umweltverbund aktuelle informationen darüber wo stehen räder wo habe ich carsharing fahrzeuge wann fährt die nächste bahn ab da brauche ich eben und das kann man eben über das smartphone sehr schön machen hochaktuelle und vollständige informationen darüber hinaus ist es natürlich dann auch möglich und das geht heute zum teil schon aber eben auch nur zum teil dass man dann sich berechnen lässt wie kann man denn dann tatsächlich am schnellsten am energiesparsten oder wie auch immer unterwegs sein und kriegt dann empfehlungen und was wirklich sehr sehr wichtig ist was es eben auch im moment ja in ansätzen gibt aber noch nicht so vollständig dass man dann tatsächlich auch über dieses system dann quasi automatisch bezahlen kann es wird dort immer unterschiedliche anbieter geben und wenn man dann bei jedem anbieter immer einzeln buchen muss abbrechen lassen muss ist das sehr aufwendig wenn das sehr sehr einfach der fall ist wird das glaube ich in dem system noch mal einen richtigen richtigen schub geben letztlich hier noch mal eher so klassische themen ein thema ist natürlich dass die frage baustellen wie wickeln wir sie ab wie ermöglichen wir baustellen welcher raum ist da notwendig wie ermöglichen wir es das wäre dass man eben auch unter sehr beengten verhältnissen dann tatsächlich auch angemessene angebote für alle verkehrsteilnehmer macht wie koordiniert man große baustellen die in räumlicher nähe sind untereinander das sind alles themen die wir die wir abwickeln was kann man nur in verkehrsschwachen zeiten am wochenende oder in der ferie machen also dieses thema das glaube ich machen wir schon ganz gut ein neben thema das sind also schwertransporte aber transporte sind schwer sind die aber auch besonders lang und diese besonders breit sind die haben heute in köln und nicht nur in köln also große schwierigkeiten weil wir tatsächlich infrastruktur haben in erster linie brücken die dann ist teilweise gar nicht mehr zulassen dass diese fahrzeuge darüber fragen immer so sehr 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 große umwege müssen sie in kauf nehmen und da ist die idee und das was wir auch umsetzen da auch dafür ein netz ein sehr kleines netz allerdings zu entwerfen und das dann eben entsprechend auch auszugestalten und auch azur zu halten thema was uns was wo wir glaube ich auch die ersten in deutschland sind ist die frage inwieweit ist denn lkw verkehr oder sind die belastungen von lkw verkehr in der stadt tatsächlich vermeidbar was es lernen was lärm betrifft und auch was natürlich die abgase betrifft haben wir ja sozusagen als erste der lkw durchfahrt verbots zone eingerichtet ich glaube schon auch mit mit erfolg ist ein thema was zum luftreinhalte planung gehört dazu habe ich jetzt keine folie da möchte ich noch mal daran erinnern dass wir so vor einem jahr noch sehr stark und intensiv über diese fahrverbote geredet haben dass wir mittlerweile aber eine situation haben durch eine vielzahl von einzelmaßnahmen wir umgesetzt haben ich glaube so um die 100 in den in der letzten zeit dass wir dort eigentlich über andere möglichkeiten die werte so weit gesenkt haben dass nicht mehr zu erwarten ist dass wir grenzwerte dass wir grenzwerte dort reisen und das heißt eben durchaus wenn ich dann fazit ziehen darf dass ja eben das thema klimaneutrales köln auch bei der verkehrswende ein großes thema ist ein viel größeres noch als das stickoxid weil co2 sehr viel präsenter ist aber das heißt dass die verkehrswende wenn sie eben zum umweltverbund geht auch nennenswerten beitrag leistet wir brauchen eben wie gesagt dann umweltverträgliche mobilitätsangebote eben sie sollten auch innovation nutzen sie müssen aber auf der anderen seite eben auch die leistungsfähigkeit ein das heißt man muss in vertretbaren zeit noch tatsächlich seinen weg zurücklegen und das sollte natürlich möglichst mit den alternativen verkehrsmittel sein und deswegen stärken wir eben sehr stark den öPNV wir haben das ziel eben immer mehr räume auch für rad- und fußverkehr zu entwickeln und eben auch das thema gestaltung das eben straßenwegeplätze eben nicht nur eine reine funktionale einrichtung sondern dass es eben auch attraktive und verkehrssichere und barrierefreie systeme sein sollen und das thema erhaltung hatte ich schon mal angedeutet ist ein wichtiges weil wir eben infrastruktur haben die in die jahre gekommen ist das ganze soll eben wenn wir es umgestalten auch zukunftssicher sein das heißt eben das gerecht barrierefrei und zukunftsfähig um das meinem in allgemeinen worten auszudrücken jetzt zum abschluss vielleicht noch zwei drei sätze das hatten wir waren sie wahrscheinlich noch nicht alle dabei zu corona was hat corona im verkehr bewirkt also ganz am anfang hat es eben schon bewirkt dass der autoverkehr deutlich zurückgegangen ist dass der öPNV sehr deutlich zurückgegangen ist dass radverkehr dass er radverkehr zugenommen hat dass eben einfach auch fahrten vermieden worden sind zum beispiel durch home office jetzt sind wir sozusagen wieder in der phase der der entwicklung zurück der öPNV hat sich noch nicht so richtig erholt der autoverkehr hatte schon fast wieder normal der radverkehr hat zum glück die zuwachsrat die hatte und ich glaube auch dass eben dieses thema die erfahrung immer mit home office macht dazu führen werden dass also im berufsverkehr auch die fahrten stück weit zurückgehen summa summarum muss man sagen es wird ein bisschen was sich durch corona ändern aber ich glaube nicht dass das so wesentlich sein wird das wird uns die problematik die probleme die wir haben nicht lösen wir werden also weiter intensiv in dieser richtung arbeiten müssen die ich ihnen genannt habe ja jetzt bin ich am ende angekommen darf mich bedanken und stehen natürlich für fragen zur verfügung ich danke ganz herzlichen dank herzen dort immer sehr aufschlussreich ich habe nebenbei bisschen den chat verfolgt jetzt ist die frage jola möchtest du die essenz von einigen fragen die da schon reinkam direkt präsentieren ich hätte auch sonst auch welche ja es kann eine nachfrage die sich konkret auf eine fahrradstraße bezog und zwar warum das projekt wann das projekt von folie 11 abgeschlossen sein wird es fehle nämlich noch die beschlossene drehung der einbahnstraße in der mitte das ist der entscheidende fehlende punkt merkt christoph schmidt an gut also das ist sozusagen etwas was nachträglich gekommen nach der einrichtung mit dem thema befassen wir uns auch noch und das ist auch die frage in dem fall dann tatsächlich überhaupt der erreichbarkeit des gesamten quartiers hintergrund sollte der sein oder ist der erstmal dort vermutet dass es dort durchgangsverkehre gibt das betrachten und versuchen wir noch ich kann ihnen jetzt im moment noch nicht sagen wann das dann tatsächlich abgeschlossen ist gut dann gibt es noch eine frage zur stärkung des öPNV wie wird sichergestellt dass bei den neuen geplanten stadtvierteln kreuzfeldpark stadt süddeutscher hafen etc der öPNV in form von s und u-bahn vor der bebauung da ist naja also ziel soll natürlich sein dass er da ist dass wenn dann tatsächlich auch menschen damit fahren es hat natürlich keinen sinn zu haben wenn auch keiner da wohnt aber wenn sie dort wohnen und nennenswert dort wohnen dann sollte er da sein wir stellen wir das sicher indem wir tatsächlich zu sagen bebauungsplanung und verkehrsplanung parallel durchführen und parallel auch beschließen und auch wenn sie das begleiten werden sie auch feststellen dass wir das auch in der öffentlichkeit immer parallel auch vorstellen und auch parallel diskutieren das ist die möglichkeit die wir haben die dinge die dinge dann auch tatsächlich umzusetzen was uns natürlich auch motiviert will ich an der stelle aussagen ist dass das natürlich die politik von uns auch ganz massiv einfordert also insofern gibt es da 22 treiber einmal die forderung und letztlich eben auch das was wir tatsächlich tun eben die dinge parallel so entwickeln dass sie sich dass das ziel auch erreicht wird dann gibt es eine frage zur fahrradinfrastruktur oft sind die vorhandenen radwege in einem schlechten zustand zum beispiel am militärring wird sich darin kurzfristig was ändern ja also wir haben das hatte ich ja schon gesagt und das gilt nicht nur für die radwege gilt für die gesamte verkehrsinfrastruktur gilt auch für die gesamte verkehrsinfrastruktur in deutschland da haben wir nachholbedarf wir haben aber einen seit einigen jahren schon ein programm was bewusst aufgelegt ist oder politik auch beschlossen ist dass wir in die erhaltung gerade der radwege eben jedes jahr 200 millionen euro stecken das werden wir tun und wir haben das im bereich das militär auch in einem teilstück getan und sind allerdings dort auch nicht so schnell unterwegs wie wir das gerne hätten weil wir dort eben ja doch sehr deutlich naja sehr deutlich eben auf die vorhandene umwelt sprich wasser auf tierwelt auf pflanzenwelt eingehen müssen und das fordert uns schon auch eine vielzahl wirklich am gutachten ab also es ist durchaus nicht nur damit getan die das baulicht zu verändern sondern die vorbereitungen sind leider doch sehr viel aufwändiger als wir uns das selbst auch vorgestellt und vor allen dingen auch gewünscht haben das thema fahrrad beschäftigt viele so auch eine frage von teilnehmer gibt es pläne weitere fahrradstraßen insbesondere auch rechtsrheinisch einzurichten was sind die kriterien dafür ja also wir haben das thema fahrradstraßen das hat dann fahrt aufgenommen wird auch weiter an fahrt aufnehmen und wichtiges kriterium für die einrichtung von fahrradstraßen ist dass das der fahrradverkehr dort eben die überwiegendes das überwiegende verkehrsmittel ist oder es ist absehbar dass das so sein wird weil unsere erfahrung ist eben auch wenn man fahrradstraßen einrichtet und sie auch in dem netzzusammenhang sind dann wirken sie auch eben so dass mehr fahrradfahrer diese diese strecken auch nutzen also das wird sowohl im linksrheinischen als auch im rechtsrheinischen stark intensiviert weitere fahrradfrage bis wann wird eine fahrrad schnellstrecke durch innenstadt am rhein errichtet naja also am rhein würde ich sagen haben wir aber eigentlich ganz gute bedingungen bis auf eigentlich einen abschnitt und das ist das ist das thema in der altstadt dort gibt es eben sehr sehr starke konflikte zwischen radfahrern und fußgänger weil dort ebenso sehr sehr dichte fußgängerströme sind da gibt es eben überlegungen den den rheinhofer tun quasi auch für radfahrer mitzunutzen diese überlegungen werden im moment ausgearbeitet und wenn man das hat glaube ich hat man dort schon sehr gute verhältnisse der radschnellwege die wir im moment beplanen und ausbauen werden gibt es ein der jetzt im moment auch stark diskutiert worden ist und weiterentwickelt wird es ist der zwischen frechen und köln radschnellwege sollen unter anderem eben auch bewirken dass eben auch über längere strecken dann tatsächlich das rad genutzt wird das ist schon so dass die strecken zugenommen haben dass die aber eigentlich im moment im durchschnitt noch nicht so lang sind dass man dass eben viele menschen aus der region raus dass das rad nutzen da gibt es auch im rechtsrheinischen jetzt ein großes projekt eben rad pendler routen da sollen soll dann etwas niedriger standard als der radschnellweg standard umgesetzt werden um die situation zu verbessern aber der aufwand radschnellwege zu erstellen der ist manchmal sehr hoch weil die breiten und die standards doch sehr hoch sind und wir die in unserer stadt der gebaut ist manchmal gar nicht so umsetzen können aber da gehen wir auch ein bisschen runter damit war auch schneller sein können eine frage warum man nicht die radwegs benutzungspflicht in der gesamten innenstadt aufhebt also wir haben einzelne straßen wo man das wahrscheinlich nicht machen kann also da man wird wir haben wir haben sie ja weitestgehend aufgehoben muss mal sagen es gibt noch einige wenige strecken wo wir das noch nicht gemacht haben und davon gibt es aber auch einige wo es jedenfalls ohne begleitende maßnahmen wenn sie zum beispiel eine innere kanalstraße oder stadt oder wann oder sowas denken da würde man eben ohne ergänzende veränderungen da keinen sicheren betrieb hinbekommen aber sehr sehr viele straßen da ist das möglich und in sehr vielen straßen haben was auch gemacht allerdings eben muss ich ehrlicherweise sagen auch noch nicht an allen strecken die an denen es dann tatsächlich auch möglich ist das machen wir im moment treuer intensiv aber da haben wir noch etwas zu tun gut eine frage abseits des fahrers dann gebe ich übergebe ich an brand noch mal das wort ist was mit den e-scootern ist wie die sich an ihrer sicht im öffentlichen raum weiterentwickeln werden ja also e-scooter ist ist schon so ein thema wir hatten schon glaube ich die hoffnung dass das vielleicht ein thema ist was ich was so eine mode erscheinung ist das scheint offensichtlich so nicht zu sein weil sie haben haben sich gehalten die rahmenbedingungen für den betrieb insbesondere das abstellen von solchen anlagen die sind in den gesetzen so nicht zutreffend berücksichtigt weil das auch eine ziemlich neue erscheinung ist deswegen haben wir dort schon eine ganze menge problemen mit falsch abgestellten e-scootern wir sind so vorgegangen wie alle anderen städte auch dass wir freiwillige vereinbarungen mit den betreibern abgeschlossen haben zum beispiel haben wir zonen beispielhaft rund um den dom auf der domplatte dürfen diese nicht abgestellt werden beziehungsweise dass die dem dass die mieten nicht beendet werden wir haben jetzt rund um angefangen im zusammenhang mit dem verkehrskonzept altstadt auch bereiche jetzt auszuweisen wo man sie abstellen kann seit einigen monaten gibt es da auch ein rechtlich die möglichkeit am straßenverkehrsrecht auch tatsächlich solche abstellanlagen auszuweisen hatten wir vorher nicht und das tun wir dort auch und werden das auch stark ausweiten damit wollen wir einen jedenfalls erreichen dass das etwas geordneter insbesondere das abstellen geordneter stattfindet die fragestellung wie unfallträchtig ist denn das verkehren mit diesen e-scootern das ist ein thema hat hat sich die polizei sehr intensiv meine ich in köln darum gekümmert und führt da auch immer wieder kontrollen durch um da also einer gefährlichen nutzung entgegen zu wirken und das ist so das was bei uns im moment so stattfindet und die möglichkeiten die wir da haben auch darauf einfluss zu nehmen grundsätzlich kann man es sozusagen sehr schwierig verbieten auch das abstellen ist im grunde genommen fast überall möglich es sei denn es ist verkehrs sie stehen verkehrs behindernd dann ist es aber auch die frage wer 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 beseitigt das denn wie läuft das denn ab haben wir schon vereinbarungen mit den betreibern dass wenn solche problematiken aufstellen die es auch kurzfristig dann beseitigen und umstellen das machen sie auch und einsammeln aber es gibt da trotzdem immer noch probleme und wir werden diese problemlagen versuchen zu reduzieren das hatte ich ja schon geschildert mit welchen maßnahmen wir das versuchen okay da darf ich mal rein ich habe mich auch im chat mal angemeldet mit einer frage ich pflichte den fragen von vorher uneingeschränkt beides dass es sehr wichtig ist sich ganz konkrete orte plätze kurven anzugucken also der teufel sitzt ja oft im detail ich möchte aber ganz bewusst mal ganz weit raus zoomen große bild ziehen auch vor dem hintergrund des jüngsten wahl ergebnisses da wird ja das thema klimaneutralität eher noch verstärkt und dann habe ich einfach mal was versuche ich mal so ein bisschen basis mathematik zu machen wenn ich mir die modal split daten angucke für miv ist er ja zurückgegangen der der anteil der prozentuale anteil und soll noch weiter zurückgehen auf 33 prozent 20 25 stand auf der folie sie haben aber auch gesagt bevölkerung wächst vielleicht wachsen auch fahrzeugstrecken also mich interessiert was ist denn die absolute fahrzeugkilometer leistung die in köln so täglich abgeleistet wird wenn der modal split runter geht für miv aber die gesamt anzahl der der fahrenden menschen noch rauf geht ist ja vielleicht der absolute effekt nahe null oder jedenfalls ich fürchte weit davon entfernt von dem was wir brauchen klimaneutralität zu erreichen kriegen wir das hin ja das ist sicherlich also klimaneutralität ist ganz klar das ist nicht kurzfristig erreichbar bei den rahmenbedingungen die wir dort haben es gibt ja ganz viele verschiedene ansätze wie es da gibt also einmal das wirkungsvollste ist natürlich ganz eindeutig nutzung von systemen die im grunde genommen kein co2 imitieren also zu fuß gehen mit dem mit dem radfahren danach kommt natürlich dann wenn man das finanziert dann hat er zwar schon co2 emissionen aber doch nicht so viel wie das auto und auch das auto selbst wird natürlich auch was die co2 reduktion emissionen betrifft da auch rückläufig sein und wird auch rückläufig sein müssen alles zusammen glaube ich schon dass wir da langfristig dieses ziel erreichen können das war das glaube ich schon alles wird nicht innerhalb von zwei drei jahren sein also da glaube ich schon dass wir da auf dem richtigen weg sind die fragestellung man kann sie jetzt sozusagen nicht nicht von der fahrleistung direkt ableiten weil man natürlich auch sozusagen das emissionsverhalten des einzelnen im unterstellen muss und eben ein berechnen muss das einzelne fahrzeugs oder der atmet ja aus gibt auch co2 also nicht aber das ist sehr sehr dort viel deutlich weniger als pass beispielsweise im auto der fall ist also ich glaube schon dass wir das schaffen habe ich nicht ganz optimistisch allerdings wie gesagt es dauert noch was okay ich wünsche es uns allen ja warum warum sage ich das war dass es langfristig oder sind relativ langfristig ist weil die erfahrung die haben glaube ich viele schon gemacht dass eben ist nichts nicht viel schwieriger es gibt als verhaltensveränderungen bei den bei den menschen zu erreichen dass der mensch also wirklich nur tun wenn er für sich persönlich dann auch vorteile erkennt und das macht die sache so kompliziert und so schwierig und der zweite punkt ist natürlich dass es dass das nicht nur die kölner betrifft sondern auch das umland das heißt wir sind da weiß ich nicht und die die menschen die uns besuchen das heißt da sind wir locker bei zwei zweieinhalb millionen menschen die im grunde über ihr verhalten nachdenken müssen und das auch verändern müssen das ist kann man sich ja vorstellen nicht ganz so schnell zu machen das kann man schnell denken aber realisieren ist glaube ich schon schwieriger corona hat da natürlich sehr viel also gibt es ja das war kein politischer mut corona war ein schicksal oder wie auch immer aber da hat man schon gesehen es kann schon auch schnell sein aber ich gehe wieder zurück an die an die anderen teilnehmerinnen jula möchtest du noch wir haben noch noch mal ein paar fragen die sich vor allem auf das thema fahrradstraßen beziehen da wird gefragt kann man fahrradstraßen vorschlagen inklusive begründung und an wen sende ich einen solchen vorschlag ja also vorschläge können sie machen das ist kann sogar sehr hilfreich sein also sie sollten es schon an den fahrradbeauftragten schicken der stadt köln der hat auch postfach man kann es per e mail machen man kann es per brief machen je nachdem wie man das gerne möchte und dort wird sich dann des themas angenommen und es wird dann eben eingeordnet kann ja sein dass es das schon in den plänen gibt es kann sein dass es sich anbietet noch mal eine ergänzung ist es kann aber auch sein dass es sich eben nicht begründet eben nicht anbietet aber da wird sich dann mit dem thema auseinander gesetzt und wenn das eine idee ist die sozusagen uns weiter bringt dann werden wir die natürlich auch aufnehmen ja und dann fragt ein teilnehmer was ist die erklärung dafür dass in köln circa 95 prozent aller fahrradstraßen für kfz geöffnet sind obwohl der gesetzgeber dies als absolute ausnahme definiert hat naja also das liegt natürlich daran dass wir ja fast an jeder straße tatsächlich auch menschen haben die da wohnen wieder arbeiten und dass man das dann das auto schließen kann das ist im übrigen auch in allen anderen städten so die haben gleiche situation das macht sein dass der der gesetzgeber das als ausnahme definiert hat aber tatsächlich ist es keine ausnahme und das gilt eben nicht nur für köln sondern auch für alle anderen städte weil eben die erschließung der grundstücke ja die muss schon erhalten bleiben und deswegen gibt es wirklich wenige straßen wo einen autoverkehr tatsächlich auch rausnehmen kann ein teilnehmer hat noch eine etwas übergeordnete frage nämlich wie weit ist die verwaltungsreform es wird da die transparenz vermisst wie weit fortgeschritten die ist ja die verwaltungsreform die kann man sich nicht so vorstellen dass es da sozusagen ein ein großes thema gibt die verwaltung die besteht ja das ist ja im ungenommen konzern mit 20.000 menschen und es gibt ich sage mal die verwaltung das ist auch so ein gemischt wahnladen da haben sie da haben sie verkehr da haben sie soziale fragen da haben sie im grunde genommen kultur alles möglich da gibt es sehr 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 viele vorgänge abläufe und wenn sie was verändern wollen müssen sie im grunde genommen jeden ablauf oder jeden prozess sich anschauen und überlegen gibt es dort verbesserungsmöglichkeiten was ist da eben einfach schlecht daran was muss erhalten bleiben was kann wirklich verändert werden und das ist alles sehr 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 kleinteilig und deswegen ist es glaube ich auch sehr schwierig dass ich sage mal sehr konkret darzustellen also es sind wirklich viele 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 einzelprojekte die da abgewickelt werden und das ist auch der grund warum es nicht so einfach ist das nach außen zu tragen und es ist auch nicht so dass man dann sofort sieht okay jetzt kriege ich meinen personalausweis beispielsweise dauert es nicht sechs wochen sondern sie sind in einer woche abgewickelt das das wird man kaum sehen die die veränderungen die sind da eher ja nicht so große so großer natur aber in der summe wenn man viele 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 vorgänge viele abläufe betrachtet wird man dann auch dauerhaft eine veränderung haben auch also das heißt das ist schon ein langwieriger und langfristiger prozess um da tatsächlich tatsächlich auch spürbare veränderungen dann nach außen hin darzustellen zu können noch eine weitere frage zum thema projekt kölner fahrradgürtel können sie dazu etwas sagen also sie sie meinen das thema die gürtelstraße also die wir haben ja eine eine ringstraße ist ja ist der gürtel und da gibt es jetzt im zusammenhang ich nehme mal an dass das gemeint ist das ist im zusammenhang mit dem radverkehrskonzept ehrenfeld sehr stark thematisiert worden dieses radverkehrskonzept ist noch nicht abgeschlossen das heißt da muss es ja schon mal einen beschluss über inhalte geben und es muss auch letztlich auch einen beschluss über darüber geben in welcher priorität setzt man denn jetzt welches projekt um das gibt es so noch nicht ich gehe aber davon aus dass dieses thema gürtel dort schon eine bedeutende rolle spielen wird und da muss man sagen da muss man das aber wirklich im detail auch betrachten weil der gürtel zwar von der lage her klar ist verkehrlich ist das aber durchaus der gürtel sehr sehr unterschiedlich zu betrachten das ist ich sag mal noch unterschiedlicher als wir das beim ring hatten an der ring da hatte ich ja eben schon erläutert ist ein projekt wo wir jetzt eine fahrspur tatsächlich in der endphase wahrscheinlich durchgehend auch tatsächlich dem autoverkehr wegnehmen können das muss für den gürtel dann wenn wir einen auftrag tatsächlich haben auch untersucht werden und überlegt werden wann man das wie machen kann der gürtel ist ja noch länger als als der ring der ring der es war schon fast acht kilometer lang das sind dann wahrscheinlich eher so um die zwölf kilometer und das heißt das wird auch kein projekt sein was sehr schnell umsetzbar ist weil wir da eben auch eine ganze menge rahmenbedingungen anders wenn mit der stadtbahn anders ist mit querungsverhältnissen das hat was damit zu tun wir haben da in beiden bereichen einen schönen baumbestand und so weiter es gibt also wirklich viele viele themen die dann beleuchtet werden müssen im detail brand hat das ja schon gesagt letztlich liegt am ende ja das problem auch oftmals im detail und das werden wir dann wenn wir tatsächlich den auftrag haben werden wir das auch beleuchten dann wird noch eine frage gestellt angenommen die forderung nach klimaneutralität 2030 werden zu festen politischen beschlüssen welche maßnahmen werden sie konkret umsetzen um das ziel zu erreichen ja da kann ich nur sagen das wird ein großer mix an maßnahmen sein zielrichtung kann aber nur sein dass wir versuchen und auf dem weg sind wir ja eben den umweltverbund also die mobilität zu stärken die dann tatsächlich großen beitrag auch leistet diese klimaneutralität zu erreichen wie das im prinzip aussehen kann habe ich glaube ich in meinem vortrag vortrag schon dargestellt was das im einzelnen sein wird werden das werden dann schon sehr sehr viele maßnahmen sein die man da umsetzen muss es werden nicht nur hunderte sondern es werden wahrscheinlich am ende auch tausende sein müssen die dann tatsächlich zusammen zum erfolg führen können so eine frage zum schluss bevor ich wieder abgebe an ralf brandt herr wilberg fragt zum stichwort verkehrssicherheit für fußgänger und radfahrer es gibt in köln einige tempo 30 straßen allerdings wird meist schneller gefahren auch vor schulen was kann man dagegen tun naja also einmal muss man schon auch an die menschen appellieren dass sie sich eben angemessen verhalten das funktioniert manchmal das funktioniert manchmal nicht es gibt die möglichkeit zum beispiel auch das ist eine weichere maßnahme eben den menschen auch zu zeigen wie schnell sie fahren mit entsprechenden geräten die sie an der straße haben sie können überwachung machen wir machen zum beispiel zum schulbeginn so vorhaben dass schüler sich auch an die straße stellen rote karten und grüne karten für verhalten verteilen so das sind so einige möglichkeiten die man da hat darauf einfluss zu nehmen ich denke wichtig ist eben auch dass man immer wieder wenn man wenn das am herzen liegt man damit sein bekannten seinen freunden auch darüber redet und eben sich dann immer mehr auch der erkenntnis durchsetzt dass das nicht das richtige verhalten ist und letztlich kommt es darauf an dass jeder das auch für sich beherzigt das kann man natürlich mit mit ordnungspolitischen maßnahmen stück weit beschleunigen aber man erkennt auch dass es oftmals zum gegenteil führt dass die menschen dann erst recht sagen das möchte ich nicht darum ist es ganz ganz wichtig aus meiner sicht dass da auch die erkenntnis da ist ja also da gibt es eben in der in der nähe der schule wenn man zu schnell fährt eben schon gefahren die man wirklich vermeiden kann also zeit gewinnen tut man damit wirklich auch nicht also das ja das ist eigentlich das was man da aus meiner sicht machen kann was wir beitragen können aber was auch jeder selbst beitragen können super ganz herzlichen dank nochmal hat es noch auch für das das sehr pünktliche vortrag der war glaube ich genau 27 minuten perfekt absolut super danke jola für das einspeisen der fragen danke auch an alle teilnehmerinnen auch für den stil der diskussion also ich weiß nicht herzendorf ob sie den chat tatsächlich sehen können da steht mehrmals vielen dank für die antwort dank für den vortrag ich finde es schön dass man so miteinander spricht nachdem ja gerade der verkehr auch durchaus zu recht auch ein emotionales thema ist die diskussion geht mit sicherheit weiter ich hoffe dass wir sie oder frau blome auch in zukunft wieder im hdhk begrüßen können nachdem ein paar sekunden noch haben glaube ich mir noch die letzte frage dass ihr amt heißt amt für straßenverkehrsentwicklung amt titel wird ja sehr bewusst gewählt ich weiß nicht ob sie ihn gewählt haben ich nehme an nicht mal wie würden sie es denn nennen wenn sie so den traum titel also ganz programmatisch worum soll es eigentlich gehen in dem amt ja also der der grund warum der name gewechselt wird ist hat auch damit zu tun dass es umorganisation gab wir haben ein bisschen ein eigenes amt für verkehrsmanagement gegründet worden das war vorher eine abteilung in meinem amt die sich eben mit den signaltechnischen fragen wie sich mit eben auch verkehrssteuerung befasst haben und auch weiter befassen und wir haben in dem zuge aber eben dann auch mehr verkehrs entwicklungsplanungs bereiche dazu bekommen deswegen heißt das dann eben für verkehr und für straßen und verkehrs entwicklung und nicht mehr für technik weil dieses thema technische steuerung im weitesten sinne eben ausgegliedert worden ist also insofern ist das so was 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 man erklärt bekommen muss warum warum das sich verändert hat und das hat einfach auch damit zu tun dass das thema verkehr sehr viel präsenter ist wir uns als verwaltung auch ein bisschen anders aufstellen müssen stärker auch differenzieren müssen also insofern ist das ein bisschen sperriger name der wird aber einfach deswegen so sperriger dass immer mehr organisationseinheiten gibt die sich mit dem thema im weitesten sinne verkehr befassen dann kriegen sie ehrlicherweise immer längere namen mir fällt zwar auch nichts ein aber ich fände kürzer und viel besser muss ich ihnen sagen und aber es ist sozusagen die natur der sache so zum abschluss möchte ich ich habe sie eben nicht lesen können weil ich mich sehr stark eben dann auch auf die fragen konzentriert habe was die was die teilnehmer da jetzt an reaktionen gebracht haben also dann darf ich mich an der stelle eben einmal ich habe es ja schon ich habe es ja schon gemerkt für die ja für die klugen für die sachlichen fragen beantworten und wenn es dann auch eine positive kritik gegeben hat dann dann darf ich mich dafür doppelt bedanken es ist ein emotionales thema und emotionale themen die sind auf der einen seite spannend die machen spaß aber die sind auch manchmal anstrengend insofern bin ich immer ganz froh wenn sie dann engagiert aber nicht über engagiert sind und dafür möchte ich mich dann auch bei allen teilnehmern noch mal ganz recht herzlich bedanken der dank von unserer seite und jetzt den wohlverdienten feierabend wir sehen uns wir herzendorf und sicherlich einige leute aus der teilnehmerschaft hoffentlich bald auch wieder mal von angesicht zu angesicht notfalls auch mit maske aber hoffentlich irgendwann auch wieder mal ohne maske bleiben sie gesund und vielen dank schönen um um Vielen Dank.